Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO auf meinem Kanal RamsesderDicke und ich habe den ganzen Tag drauf gewartet. Ich wollte eigentlich einen Marmolita Raid machen, was es ja auch als Shiny gibt, diesen lustigen Fisch. Wollte ich einen Marmolita Raid machen, Solo, und wollte dabei gleich mal meinen Mega Garados entwickeln. Denn mir fehlt noch der Pokédex-Eintrag. Wenn ihr jetzt mal hier guckt, bei den Megas, seht ihr, wir haben zwar eins gesehen, beziehungsweise wir haben schon vier gesehen, aber wir haben noch keins entwickelt. Das heißt, wir müssen in den Beutel gehen, wir müssen uns ein Garados raussuchen. Ich brauche natürlich wieder ein männliches und ein weibliches zum Entwickeln. Hier haben wir eins, das ist auf jeden Fall männlich. Das ist ein hundertprozentiges Shiny als Best Buddy. Das würde ich, glaube ich, entwickeln und dann brauche ich noch ein weibliches. Und wenn ihr euch die anderen anguckt, das ist männlich, das ist männlich, das ist weiblich, aber auch Shiny. Das ist weiblich. Ich glaube, das habe ich erst getauscht, letztens. Das ist auch weiblich mit 14,91 und das ist das Krypto. Das kann man ja nicht entwickeln zu einer Mega-Entwicklung. Deswegen möchte ich jetzt erstens meinen Garados auf Level 50 pushen. Das heißt, ich werde es jetzt komplett maxen mit 250.000 Staub und 296 Bonbons. Jetzt haben wir 434 WP dazubekommen. Ihr könnt es nicht mehr weiter maxen, es ist auf Level 50. Wir werden die Mega-Entwicklung durchführen. Dann kommt es auf 5300 WP als 100% Shiny gemaxed Level 50 im Pokédex registriert. Och, Adi. Und mit 5332 wollen wir das jetzt mitnehmen und wollen mal hier fix einen Rate machen für Latias. Ne, Latios ist das ja. Das ist immer so unterschiedlich, egal. Das O sollte rot sein, das O ist aber blau und das A sollte blau sein, ist aber rot. Jetzt guckt euch den mal an. Ich hänge nämlich hier gerade an der Heizung. Und wer hängt da noch rum? Der Adi, genau. Und jetzt streckt er sich. Oh, ja, ist doch gut. Du willst Privatsphäre, hm? Nein! Nein! Und jetzt liegt er hier rum auf der Heizung. Und da der dicke Bauch. Guckt euch den Bauch an. Oh, ist der dicke. Da hinten hängt der Schwanz runter. Das ist der Adi auf jeden Fall. Da freut er sich. Und fühlt sich beobachtet. Wir lassen den jetzt aber da sitzen. Denn wir müssen uns jetzt hier aufs Video konzentrieren. Ich wollte eigentlich rausgehen, ja? Nehmt es mir nicht übel. Ich wollte eigentlich rausgehen. Ich habe den ganzen Tag gewartet. Immer wenn ich einen Dreier-Raid gesehen habe, habe ich gedacht, gut. Du musst eh deine Champion-Medaille ein bisschen pushen. Du musst eh irgendwie normale Raids machen, dass das für die Champion-Medaille dazu zählt. Ach so, hier wollte ich das Mega-Garados aus Spaß einfach mal auswählen. Ist natürlich nicht der beste Konder gegen Latios. Aber trotzdem, wir nehmen es einfach mal vorne rein. Gucken es uns einfach mal an, wie es im Kampf aussieht. Und den ganzen Tag habe ich darauf gewartet, dass ein Dreier-Raid aufgeht. Mit dem komischen Fisch. Jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Marmolita. Den ganzen Tag habe ich drauf gewartet. Und was ging auf? Psyana. Nachtara. Psyana. Nachtara. Dann mal ein Psyana. Und am Ende noch ein Nachtara. Dann kam ein Togetic. Und dann habe ich es aufgegeben. Und habe gedacht, es wird immer später. Es wird immer später. Ich wollte auch einfach nur das Garados entwickeln. Ich wollte das in einem Video mal zeigen. Ich hätte das bei dem Raid mitgenommen. Auch wenn das nicht der beste Konder ist. Trotzdem wollte ich ein Video machen, wie bei den anderen Sachen von den Mega-Entwicklungen. Dass ich den Pogedex einfach voll mache. Erst habe ich gar nichts. Und dann habe ich ein Shiny männliches und ein weibliches Hunderter. Oder ein männliches Shiny und ein weibliches Hunderter. Ich will immer alle Sachen durchmachen. Hier hatte ich das Glück, dass sogar das Hunderter das Shiny ist. Und ich also irgendein random anderes, was nicht Shiny ist, aber das gegensätzliche Geschlecht hat, auch entwickeln kann, damit ich das voll habe. Außerdem habe ich ja das rote Flugzeug als hundertprozentiges. Deswegen mache ich jetzt eigentlich nur noch blaue Flugzeuge. Mir tun auch jetzt die Beine weh, weil ich so verkrüppelt hier rumsitze. Ich hätte mir das alles von vornherein besser überlegen sollen. Mich irgendwo hinsetzen, wo es gemütlich ist. Und nicht hier vor das Fenster hockern und die Beine niederpressen. So, Garados ist auf jeden Fall tot. Das ist sehr schön. Habt ihr schon ein Garados entwickelt? Ihr habt ja eigentlich aus der Neujahrsforschung 200 Garados Mega-Energien bekommen. Das heißt, selbst wenn ihr keinen einzigen Mega-Garados-Rate gemacht habt, hättet ihr ein Mega-Garados entwickeln können. Wenn ihr natürlich zweimal entwickeln wollt, zwei unterschiedliche, wegen Mann und Frau, braucht ihr halt 400 insgesamt. Wer darauf keinen Wert legt, der kann sich natürlich vieles sparen. Der nimmt sich dann einfach das Beste, was er hat, IV-technisch, entwickelt das und kann es dann ein zweites Mal für 40 Mega-Energie entwickeln und kann jede Energie nutzen für dieses eine entwickelte, um es wieder und wieder und wieder zu entwickeln. Denn ihr wisst, es gibt ja auch eine Medaille dafür, wenn ihr Mega-Entwicklungen durchführt. Einmal gibt es die mit 24 verschiedene oder 48 verschiedene. Ich weiß gerade gar nicht, wie viele es gibt. Und dann gibt es die insgesamt. Selbst wenn ihr 50 Mal das Garados entwickelt, zählt das an 50 Mal da dazu. Jetzt haben wir das Latios gefangen und jetzt machen wir das, was immer richtig behindert ist, denn normalerweise würde das ja jetzt noch 8 Stunden halten. Also 7 Stunden 55 würde das noch halten, das Mega-Garados, sodass das einfach heftig bei euch hier oben drin sitzt und alles anführt. Ja, wir haben aber, wenn wir uns den Pokédex angucken, da wir den ja vollständig haben wollen, wir haben jetzt das Männliche, uns fehlt aber noch das Weibliche. Also suchen wir uns einfach random irgendein Weibliches einfach raus. Wir geben also wieder Garados ein. Ihr habt es hier nochmal gesehen. Männlich, 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 weiblich. Aber weil es ja auch ein Schein ist und wir die normale Farbe mal sehen wollen. Jetzt könnten wir eigentlich das nehmen oder halt das Kleine. Das hat 14,91. Das hat 17,86. Ich weiß nicht, wir können mal gucken, welches von beiden besser ist. Und das wurde, glaube ich, getradet letztens erst. Wir nehmen einfach das. Das hat auf jeden Fall bessere Werte, obwohl es natürlich viel weniger WP hat. Führen hier die Mega-Entwicklung noch durch. Dann kommt es auf 2076. Das ist im Prinzip gar nichts. Kostet nochmal 200 Staub, aber ab jetzt weiß ich auf jeden Fall, wenn ich mal eine Mega-Garados-Entwicklung machen möchte, nehme ich auf jeden Fall das Rode, das Hunderter, das Gemächse, das Gepuschte. Das haben wir jetzt hier noch stehen. Mega-Garados. 100 Mega-Energien sind noch übrig. Das hat auch Nassschweif. 2076 ist ein Witz. Wenn ihr vorher gesehen habt, 5000 noch was. Jetzt habe ich es trotzdem voll. Ihr seht das hier. Shiny ist ausgefüllt. Männlich ist ausgefüllt. Weiblich ist ausgefüllt. Und so möchte ich das eigentlich immer bei jedem haben. Ihr seht das ja hier. Auch bei Mega-Rex-Blizzard. Männlich-Weiblich-Shiny. Hundemon. Männlich-Weiblich-Shiny. Hier. Männlich-Weiblich-Shiny. Männlich-Weiblich. 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 Und auch bei den Startern. Männlich-Weiblich. Alles voll. Habt ihr auch euren Mega-Decks bis jetzt komplett voll. Und habt alles ausgefüllt. Habt ihr auch überall das Männliche und das Weibliche entwickelt. Oder entwickelt ihr halt immer nur euer Bestes. Und euch ist der Pokedex komplett egal. Weil ihr Mega-Energie sparen wollt. Schreibt es mal rein, wie ihr das macht. Auf was ihr Wert legt. Ich bin jetzt auf jeden Fall wieder up to date. Habe das entwickelt. Manche, die warten ja bis irgendwas Besonderes kommt. Damit sie da das entwickeln können. Damit sie es gleich einsetzen können. Diese 8 Stunden nutzen können. Ich habe es jetzt sozusagen sinnlos entwickelt. Einfach nur, um es zu entwickeln. Und im Video zu zeigen. Aber ich werde weiterhin natürlich wieder Garados Energie bekommen. Und werde es dann wieder entwickeln. Wenn ich es auch mal brauche. Denn die zweite Entwicklung. Werdet ihr jetzt sehen. Wenn ich euch das andere nochmal zeige. Das ist nämlich jetzt wieder hier. Und ihr seht. Ihr braucht jetzt statt 200. Nur noch 40 Mega-Energie. Um das eben neu zu entwickeln. Wieder zu Mega-Garados. Wieder mit 5000. Ich könnte theoretisch jetzt das wieder entwickeln. Und 8 Stunden so lassen. Das wäre doch wow. Komplett sinnlos. Ah, die hat sich mittlerweile versteckt. Wir können nochmal kurz Hallo sagen. Wenn ich hier hochkomme. Seht ihr da den Schwanz? Auf jeden Fall. Hier ist nämlich immer die Gardine. Da versteckt er sich nämlich immer. Gerade wenn ihr abends hier sitzt. Und er ist dahinter. Und guckt aus dem Fenster. Das sieht immer aus wie früher. Wenn sie irgendwelche Leute interviewt haben. Und die wollten nicht erkannt werden. Adi. Hab ich dich erwischt? Hab ich dich erwischt? Was ist denn? Nein. Gut. Adi möchte nicht. Adi ist scheu. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Heute mal mit einer richtig komischen Folge. Aus der Wohnung. Mag ich eigentlich nicht. Entweder streamen. Oder rausgehen und draußen filmen. Aber was soll ich machen. Wenn die Raids nicht mitspielen. Und es keine Raids gibt. Und ihr den ganzen Tag wartet auf Raids. Und alles andere nebenbei schon erledigt habt. Ja. Luxusprobleme. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.